Nun, sie hat ein tolles Jahr hingelegt bisher mit dem Gewinn im Kanzlein bei den Australian Open und dann auch im Finale mit Wimbledon. Also sie hat gezeigt, dass sie im Moment auf wirklich hohem Niveau mit sehr viel Selbstvertrauen spielt. Also ich will ihr nicht zu viel Druck machen, aber ich habe große Hoffnung auf jeden Fall in eine Medaille. Ich werde ihr die Daumen drücken und hoffen, dass sie es schafft. Vielen Dank.